Aha, oh Gott, Tutorial 14, 14 Videoclips schon am 1. April ausgedacht, Joko stand da und machte Videoclip und meiner Einer sagte, wow, ich mach mit. Joko Winterscheid vs. Medienkanzler. Medienkanzler vs. Joko Winterscheid. Eine total unbekannte Laus, klitzeklein, David, WebTV, gegen den Großmogul. Winterscheid, Joko, unantastbar, ein Star, ein Sternchen, eine Größe, wird durch ein Sandkorn, klitzeklein, laut Fans angegriffen. Meine lieben Freunde, ich greife niemanden an, ich mache diesen Spaß einfach mit. Ich möchte euch nur einmal klarstellen, das auch alte Säcke, unbekannt. Die Frage lautet nur da, wer ist bekannter. Aber das ist jetzt total egal. Wenn so ein unbekanntes Gesicht so aussieht, übrigens gehe ich morgen zum Friseur und deswegen ist das heute mein letztes Video als Ekelheins, weil da sind die Haare wieder normal und ich bin wieder normal, denn es ist so warm geworden, dass ich hier drin schwitze, dass ich schon stinke. Deswegen habe ich jetzt ab Tutorial 15, denn bis zum 1. Mai kommen ja diese Videoclips und die Liebe ist ja auch immer dabei. Also wie gesagt, im Tutorial 11 hat Joko Winterscheidt was bestellt. Im Tutorial 12 war es da ein Huckschrauber. Was 13, 14 und 15 wird, das wissen wir noch nicht, weil die habe ich ja jetzt vorproduziert. Wer auf meine Seite geht, Comedy Time, kann sich das anschauen. Links dem Medienkanzler, rechts Joko Winterscheidt. Und dann, genau dann wisst ihr überhaupt, worum es geht. Denn so bei YouTube, ihr YouTuber, ihr folgenden, folgenden, ich meine ihr Folger, ihr Nachfolger von Folgen. Ach komm, vergiss es. Schau dir die Videoclips an, dann verstehst auch den Spaß. Und hier habe ich wieder eine SMS, die hatte ich ja schon in 13. Das ist schön. Ich liebe es. Ich liebe es zu kommunizieren. Ob nun hier, angefeindet, weil ich mir ja dreistet den Joko Winterscheidt anzusprechen, den Superstar, der angestrahlt wird. Sterne werden angestrahlt. Sterne funkeln nicht. Aber macht euch nichts daraus. Ich bin halt ein sauschlechter Schauspieler. Und ich bin ein sauschlechter, dass mich trotzdem so viele mögen. Dankeschön.